Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom MM-Projekt mit Fischi, Jörg, mir und dem neuen Nether-Portal, was wir jetzt in der Kanalisation gemacht haben. Werde ich dann hier noch das Dings weitersetzen? Das Wasser? Naja, ich würd sagen, hier kommt ne Tür rein. Ich würd sagen, hier kommt Lava rein. Für Jörg. Okay, dann gehen wir jetzt einfach durch. Wir wissen nicht, wo wir rauskommen. YOLO. Wir haben jetzt eigentlich nur den Auftrag, Glowstone zu farmen. Und wir sind im gleichen Partei, oder? Wir kommen wieder bei dir jetzt raus, bei Paya. Wurzula. Ja, endlich. War so gut so. Ivo im Meer. Äh, ich hab jetzt... Was steht da? Ivo im Meer. Achso, du bist bei mir im Brun. Da steht da schon lange. Ich hab jetzt nur ein bisschen Dreck mit und ja. Du gehst bei mir durch den Boden. Okay, ich hab keine Ahnung. Warte, lass uns mal kurz die Koordinaten aufschreiben. Ähm... Darf ich die Zombie-Pegments angreifen? Nein. War das ja? War das ja auch gemacht, war richtig toll. Ich bin gleich im Sturm. Hier oben Glowstone? Nein, da ist nur Netherquarz. Das ist vollkommen unnötig, oder? Naja, wir brauchen noch einen Daylight-Sensor irgendwann. Aber... Also wie gesagt, Netherquarz gibt unheimlich gut Level. Okay, wir bauen... Äh, wenn wir Ding ins Heim bauen wir Netherquarz ab, um Level zu farmen. Wir dürfen uns nicht so verlaufen, Freddy. Verlaufen, den Begriff kenne ich gar nicht. Ich hoffe, die Pigments greifen dich nicht an. Hallo, Pigments! Lass uns mal kurz hingehen und gucken, ob die einen von uns angreifen. Geh du zuerst hin. Geh du zuerst hin. Einen von euren Herren. Sicher, Jörg? Sie würden höchstens mich angreifen. Ich hätte so schlau waren, hab ich letztes Mal ausgesehen. Ja, aber sie dürften nicht... Äh, ist das oben Kies? Nein. Ja, mich klebt mal drüber schon nicht mehr nach meinem Hut an. Das ist Netherquarz, aber ich kann mal hinzugehen. Ist das die Netherfesting, oder was ist das? Äh, nee, das ist Seelen-Sinn. Nein, da vorne ist die Netherfesting. Warte. Ja. Das ist überall Brick. Oh, ich bin am Hunger. Boah, ist das Fleisch hier? Ich hab ein Stack dabei. Fall nicht in die Lava. In die Lava fallen? Ich kann das machen, du nicht. Wieso? Weil ich einen Feuerschutzhelm aufhabe. Ja, trotzdem schläfst du dann wahrscheinlich. Aus der perfekten Lava kommst du nicht mehr raus. Naja, ich brenne zwar nicht, aber okay. Ja, doch, klar, du brennst doch. Du kriegst einfach nur wenige Feuerschaden. Nein, ich krieg keinen Feuerschaden. Gar keinen. Okay, ich krieg auch Feuerschaden. Sogar ziemlich viel. Der hat eine Krone auf, darf ich ihn töten? Nein, Freddy. Hilfe, er guckt dich besser an. Der hat bei mir gar nichts auf. Ja, wahrscheinlich war ich ein anderes Textstoffpac. Okay, ich hab, ich hab, äh, Chromahills und Sphinx zusammen. Was man ja voll behinderte. Gas. Wo? Da, über mir, ich guck grad hin. Du musst einfach nur auf die Kugel schlagen, wenn du jetzt schießt. Ich hab aber keine Ahnung, Jörg, wie viel Glowstone hast du abgebaut? Hier ist nichts mehr. Alles, was, nee, da war ich ja nicht. Ich war ja bei den anderen. Achso, aber hier ist auch nichts. Ja, da warst du wahrscheinlich. Da hinten ist Glowstone, direkt über der Lava haben wir da hin. Wo, wo, wo? Ähm. Ach, du bist ganz woanders, warte. Sogar, das Leather Quarzer. Uuuuh. Was ist los? Neugehend. Jörg, du bräuchstest vielleicht Federfallschuhe. Ja, ach da. Nee, das, das Dach ist so weit. Äh, da hinten ist ganz viel, äh, goldener Stahl, äh, das Glowstone. Moment, wo? Hast du, du hast Hop-D-Fall noch installiert, ne? Ja, aber ich kann nicht so weit gucken, ich hab nur einen Chunk Render Distance. Achso, ja, auf jeden Fall. Siehst du, siehst du diese Mauer noch, diese? Welche Mauer? Da hinten, die von den Netherfests und die ganzen Bricks. Okay, dann folg mir einfach. Irgendwie jetzt einfach hin und dann zeig ich dir das. Okay, ich folg dir. Wenn die nach Lohnen könnten wir auch noch gebrauchen, aber... Ja, Jörg, die hast du ja gefarmt, ne? Ganz abgefarmt hast du die, ne? Dann kam Kirschi nicht zu mir und dann... Der hat dich ja gleich in die Hose geschissen. Ja, Kirschi scheiß dich doch immer in die Hose, Muschi. Ja, toll, ey. Ja, der hat da ein bisschen viel Sand drin, also... Der hat da wirklich eine ganze Sache drin, wie er schon sagt. Kasten halt, oder? Ähm. Der hat einfach die 10 voll Sand da drin, dann die 11. Die 10 ist ja klar. Können wir da am besten hin. Ich hab notfalls was zum Bauen mit, ne? Ja, ich bau gerade was zum Bauen ab. Wo ist denn... Äh, wo müssen wir denn hin? Direkt... Jetzt... Komm mal hier runter. Jetzt müsstest du es eigentlich schon sehen. Wo? Direkt vor uns. Warte. 10 Blöcke weg. Ja, sehe ich. Ich hab genau zum Bauen mit. Ich baue lieber nochmal hier neben auch noch was. Ja. Wir müssen übrigens einen runter, damit wir alle bekommen. Dann. Nein. Dann. Ich hab ich da. Mach mal zu. Ich hasse es runterzufallen. Ich will hier dieses Mal nur mal sicher gehen, Alter. Nachdem Jörg da gestorben ist. Ich will hier nicht auch noch sterben. Okay, fahre ich auch. Da bin ich hier. Da bin ich zwar nicht gestorben, aber... Soll ich abbauen, oder willst du wirklich? Am besten der mit der Glücksspitzhacke. Ja, mach das mit der Glücksspitzhacke. Wir haben auch noch... Wir haben auch noch... Wir haben auch noch nie Glück gehabt hatten, dass wir irgendwie mal ein Dinges gekriegt haben, ey. Was denn? Samthandschuhe. Nein, mit Samthandschuhe, wie das heißt, na. Äh, ja. Äh, Vorsichtigkeit, ja. Äh, ey. Das wäre so wichtig, ey. Da könnte man mal mit so schönem OP abfahren, die Scheiße. Ja. Aber ich glaube, Glück bringt sogar noch mehr. Als was? Als dieses... Äh, als Vorsichtigkeit. Mit Vorsichtigkeit kriegst du ja nur immer den gleichen Block. Mit Glück kannst du ja sogar mehr kriegen als vier. Also ich weiß nicht, wie viele hast du denn jetzt schon gekriegt? Hm, ich hab bis 25, ich glaube es dann das. Wie viele hast du abgebaut, fünf? Kann sein. Also ich kriege... Ich glaube, bei so welchem Teil kriegt man nicht mehr. Also ich glaube, das habe ich gelesen, dass man da nicht mehr bekommt. Müsste man aber eigentlich. Soweit ich weiß auch. Ja, es ist glücklich. Ich habe zwei, drei Adern weggemacht und hatte fünf Stacks oder so. Ja, okay, jetzt habe ich vier Teile abgebaut und habe 20 bekommen. Ich bin da drin, ob da. Wo? Nach, weg hier. Ich baue jetzt hier eine kleine Plattform, damit ich hier bauen kann. Du kannst währenddessen ja schon mal ein bisschen abbauen, aber ich will halt nicht, dass ich dich einbaue oder so. Du versehentlich runterhältst. Ich habe nicht so wichtige Sachen dabei wie du. Was habe ich ein wichtiges mit? Die Spitzhacke zum Beispiel. Du hast eine Spitzhacke? Ja, aber nur eine Normale, keine Verzauberter. Alter. Wir haben jetzt schon zehn Minuten fast vergeudet. Was? 13 Minuten haben wir jetzt noch. Du verarschen? Ist so. Du bist sicher, dass du eine Wirksspitzhacke hast, ne? Glück 3, Haltbarkeit 3. Okay. Willst du sie sehen? Da steht ein Baby, ein Baby Pigman Zombie. Oh, ich will die töten! Ich habe die noch nie gesehen. Seit wann gibt es die? In dem Züge Baby Zombies geht wahrscheinlich. Ja, ich habe auch noch nicht mehr im Schiff gesehen in Minecraft. Nein, ich meinte nur, willst du mich verarschen wegen, du hast noch nie ein Baby Zombie gesehen vor dem Projekt. Habe ich wirklich nicht. Hörst du den Garst? Ja. Der ist doch mal. Ich baue uns schon mal zur nächsten Quelle hin. Die Musik ist gerade schön. Und so habe ich die ausgemacht. Ich liebe Minecraft Musik. Ich mag die nicht. Oh. Äh. Was? Ich muss es mit Erde weiterbauen. Kriege ich bei Glück auch mehr Blöcke? Also ich kriege ja auch die ganze Zeit immer nur irgendwie so einen Nether Block abgebaut. Ja, weil das feste Blöcke sind. Erze kannst du nicht so machen. Also mit Erzen kannst du nicht so umgehen. Das funktioniert nur bei Diamanten jetzt zum Beispiel, die droppen. Und bei Kohle. Ja, aber es gab doch irgendwas, dass man mehr Blöcke bekommt. Nein, das gibt es nicht. Ja doch, klar. Das gab es 100%. Es gibt nur irgendwas, dass du ganze Blöcke bekommst. Und das ist Sandtansch. Das ist halt die Vorsichtigkeit. Ja, genau, Sandtanschule. Behutsamkeit. Ja, genau. Behutsamkeit heißt es. Silk Touch. Ja, genau. Ich kam nicht drauf die ganze Zeit. Äh, siehst du vorhin hier ist noch irgendetwas Blastung? Ja. Ganz viel. Wo? Da hinten, also, in der Luft ist ein riesiger Ader noch. Da vorne, also, äh, keine Ahnung wie ich dir das zeigen kann. Da brauche ich mich unbedingt ungefähr hinbauen. Garst, 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 hinter dir! Oh, ich sehe ihn. Ist ganz runtergeflogen. Pss, pss, pss. Hast du einen Bogen mit? Nee, hab ich auch gelassen. Denkst du, ich nehme meinen übertriebenen Bogen mit unendlich? Nein, ich dachte, du hast vielleicht irgendeinen Bogen mitgenommen. Nein. Guck mal her, Garst, ich will dich schlagen. Sag mir mal, wenn der Garst, äh, zu mir guckt. Ich baue grad ab und du musst dich konzentrieren, dass ich nicht in Lava falle. Okay. Ich will, dass der Garst auf mich schießt, dann würde ich ihn wegschlagen. Ah, da hinten sehe ich auch noch ein bisschen was. Ich glaube, so viel Erde habe ich nicht mehr dabei. Hast du noch viel von dem roten Stein? Gar nicht, ich habe acht Stück. Okay, ich muss mir gleich mal ein bisschen was fahren. Ich hasse die Hölle, Alter. Was kann man mit dem Neta-Ding uns eigentlich machen, mit dem Neta-Stein? Nein. Gar nichts, oder was? Anzünden und es brennt. Ach ja, stimmt, Anzünden und es brennt. Oh, hier ist auch noch Klaus da. Ja, den habe ich doch im Kamin, in der er denkt, es brennt. Ich habe mir eingefallen, dass man den anziehen kann. Ähm. So, dann würde ich das hier abbauen, das hier abbauen. Ich habe jetzt zwei Stacks von dem Scheiß. Von was? Von Neta-Stein. Ich habe jetzt drei Stacks. Alter, was ist das denn hier? Wo bist du? Die Festung, Alter, sieht die Festung hart aus. Ich bin durch den Gang gegangen, den ich hier gegraben habe. Da ist eigentlich nichts hart aus, dass die lohnt, vielleicht. Nee, aber die sieht hart aus, weil die halt... Ich bin gerade rausgegangen und da ist auf einmal so eine riesige Wand vor mir. Freddy, guck mal. Die ist genau da. Ja. Da ist die Festung. Gehen wir da jetzt durch, oder rund willst du? Ja, dann steht von mir aus. Ähm. Nee, ich wollte einfach nur ein bisschen Stein abbauen. Damit ich mich hier durchbauen kann. Jetzt höre ich Musik. Weil schell ich es. Jetzt höre ich keiner mehr bei mir. Ich höre jetzt gerade den Gas drum. Ich höre jetzt auch Musik. Da hinten ist doch Close Down, ne? Wo ich mich gerade hinbaue. Ja, ich glaube. Ähm, ich habe jetzt vier Stacks gleich. Alter, bringt der Neta Quarz wieder. Hm. Level. Geil, ne? Jetzt schon Level 5. Das war Let's Go schon wieder über 30. Hm. Du stirbst irgendwie immer mit einem hohen Level. Eww. Du solltest dein Level vielleicht mal verwenden, wenn du stirbst. Ähm, bevor du stirbst. Ja. Ne, weil immer noch ein Zauberstisch wird irgendwie so... Kein Zombie-Pick, was in Lava schwimmen? Ja. Ja, die brennen. Shit. Nicht getroffen. Du hast nur geleckt, dass ich irgendwie... Oh, fuck. Ja, der macht nur einen halben Schaden, Mann. Hat er dicht gefokust. Ja, hat er. Das ist auch ganz gut so. Ich krieg dich weggeschlagen. Ich kann mit dem Baseball spielen. Ja, komm, schieß. Los. Du, weil mir einfach... Wir fliegen einfach durch irgendwelche Steine durch. Das ist ja auch. Ja, aber nicht. 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 Komm, wir wollen uns in die Wand rein, dann kann man sich mit treffen. Mach halt. Bin schon. Weißt du, wie wir zurückkommen? Ja. Hey, fuck. Fuck. Da ist ein bisschen Lava. Danke. So, irgendwo müsste hier Glowstorm sein, hatte ich gesehen. Er ist noch ein bisschen weiter weg. Ja, gut, ich baue nicht weiter. Ja, wir müssen dann jetzt noch ein Stückchen... Ja, dann nach links, aber hier kommst du, glaube ich, noch über Lava raus, oder? Ja. Ganz knapp. Wie lange haben wir noch? Äh, acht Minuten. Warte. Kurz mal entsperren. Äh, sechs Minuten. Nicht mit deiner. Schwitzhecker. Wieso denn? Die hat halt mal drei. Ja, aber die Scooter ist klasse. Kannst du auch bei Netta Quartz gut benutzen, ne? Mach ich auch. Okay, das ist noch ne, Dings. Wir sollten in der Hölle nicht so dicht beieinander stehen. Echt nicht. Bauen wir jetzt erst das ab? Ja, lass uns aber erst mal gucken, ob hier irgendwo, äh, offen ist, dass wir uns ein Gas kriegt. Passt du mal kurz auf, ich baue mich da mal hin. Ich hasse es so zu bauen, weil in der Hölle hab ich das einmal gemacht und dann, äh, hab ich Schiff irgendwie minimal losgelassen und dann war ich direkt tot. Ja, noch könnte ich rausschwimmen. Das würde ich schaffen. Ich würde zwar brennen, aber das überlebt mir ja knapp. Ja, Freddy, ich hab deinen Pfad geguckt, wo du gestorben bist. Das sah aus, als wenn ein Leck genau in dem Moment kam, wo du auf einmal so zwei Schritte vorher rausgemacht hast. Ja, keine Ahnung. Der Lava, der Garten ist in der Lava. Ja, hab ich gesehen. Ich hab Shift gedrückt habt und irgendwie war es dann halt, also hab ich es irgendwie nicht richtig gemacht und dann auf jeden Fall hab ich nach vorne gegangen und dann sagst du, mir passiert nichts, dann auf einmal, oh. Naja. War nicht so schul. Bisschen geweint. Ich disconnecte bei sowas immer hinzu. Ja, bringt dir auch nichts weiter. Naja, ich mach's einfach mal so flex. Äh, doch, theoretisch schon, wenn ihr dann kommt und dann einfach die komplette Lava drumherum abbaut? Ja, aber man hatte niemals die Koordinaten, da wir kein wenig mehr verraten. Oh, jetzt ist ich grad fast, äh, Klauseln abgebaut. Ich glaub, ich krieg dir auch nicht viel mehr. Warte mal, lass mich mal eins abbauen. Okay. Oh man, die haben ein Schmerzwerke aus dem Arsch. Ich krieg drei. Nein, auch vier. Und ich krieg hier zum Beispiel drei. Okay, die Glücksschmerzwerke bringt gar nichts. Oder gibt's die bei mir? Gibt's die bei mir? Glück drei. Vier. Ich glaub, es ist immer unterschiedlich, was du bekommst. Ich krieg jedes Mal vier. Ja, ich krieg auch immer so drei, vier hier, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, glaub ich, immer... Ja, ähm... Vielleicht sollst du nicht mit der Glücksschmerzwerke das machen, dann... Ja, ich krieg auch immer so drei, vier, 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 vier... каб... Biraz Mi-Otto, zure Hü State in – voucheriger NRW specialisierung, der Glücksschmerzwerke das machen wir selbst. Bau mal den hier nicht ab von mir. Non-Stack was? Non-Stack von diesem Scheiß Wir bauen Glowstones ja eigentlich nur ab zum Farmen und zum Brauen Also zum 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 Und für Fackeln? Ja das meinst du ja, als ich zum Farmen sagte Wollen wir da hinten das auch noch ab? Wie viel wollen wir denn haben? Alles Dahinten ist noch mehr Ich weiß Hatte grad nen Lag Ich hab voll extrem angst vor Gas, ey Vergasst die Angriffe Was für den Rechenweiter Hm? In der Hölle geht man eigentlich echt am besten mit nichts Naja Schon Hier Mannspitzacke Ist geil Werter Falls Pigments mal Schwul sind Ich hab übrigens keine Blöcke mehr Ja 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 Warte ich hab noch ordentlich Wenn wir uns decken müssen Ein bisschen mehr sogar Einfach ein bisschen ab Ja Ja Die Spitzacke ist ja fast normal Leider Ich hab mal meine mitnehmen sollen Hättest du machen sollen? Ich würd mal sagen lass mal kurz zurückreisen Aber hm Ist ja irgendwie nicht so toll Danke Ich hab mich Ich hab mich Ich hab mich Ich hab mich Ich hab's gesehen Wo schießt er denn? Von da hinten Wollen wir jetzt zurück oder wollen wir noch die anderen Glossons holen? Wir wollen noch die anderen Glossons, ich will nur grad den Glossmann zu ficken Dann bräuchte ich doch schon mal einen Weg hin Irgendwie Wow Das ist mir grad so gefährlich Okay, lassen wir das mit dem Gas zu kämpfen Ich hab übrigens vielleicht keine Spitzhacke mehr Ich weiß Ich hab auch nur noch ganz knapp Ganz knapp Ja, voll Komplett Voll Wollen wir nicht erstmal hier rüber? Ach ne, da hinten ist auch noch was Da hinten sind zwei Adern Ja, hab ich gesehen Kannst du plötzlich aufhören in meinem Gesicht zu stehen? Wenn ich abbaue? Hast du den Shader eigentlich wieder drin? Ne Gibt's ja noch keinen Äh, hab keine mehr Ja komm Hast du Sachen mit für eine? Nein, ich hab kein Diamant mit Shit, ich auch nicht Ich hab aber nicht mal Eisen mit, ey Koppelst doch noch hier alles Okay, unser Timer Okay, dann würd ich sagen, ich hab mit der Partei gefallen also Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss Mmh Mmh